Ist es für Sie mal ganz erfrischend, mal auf so eine Veranstaltung heute zu gehen, anstatt an der Politik zu sitzen? Das ist ein echter Tapetenwechsel, wenn man es vergleicht mit einer Kabinettssitzung. Also eine richtige andere Welt, aber die braucht man auch manchmal. Aufregender? Oh Gott, oh Gott, jetzt müsste ich sagen, wie aufregend oder langweilig Kabinettssitzungen. Aber ich glaube, unterhaltsamer ist das hier. Freuen Sie sich auf einen Star besonders? Nein, eigentlich nicht. Ich bin gespannt auf alle. Einige habe ich heute Nachmittag, heute Mittag schon gesehen. Und meine Frau, die da Spezialistin in diesen Dingen ist, die hat mir so viel schon voraus erzählt, dass ich jetzt gespannt darauf bin, ob das alles so stimmt. Ganz viel Spaß. Danke.